ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Rise of the Republic wir haben zwei fette Fullstack Armeen gegen 3 also 2 Fullstack Armeen und eine kleine ähm Garnisonsarmee was eigentlich lustig ist weil der hat das gerade eben erobert und hat schon so viele also naja automatisch sagt der Knapper Sieg mit Prozent 70 Prozent und wir werden es auf jeden Fall kämpfen auf jeden Fall m es war wie wollen wir vorgehen die Brüder der 6 10 Xenophob Xenophon ähm die kommen die kommen erst zu Wasser ähm also sie müssen erst langwierig landen die Frage ist wo die herkommen das sehe ich leider nicht die Frage ist als soll ich mich mit äh dem Wolfpack äh verbinden oder nicht ich glaube es wäre es äh gescheiter weil wenn ich ähm hier bin und seine Verstärkungsarmee kommt von hier dann landet er und er kommt raus das heißt er in dieser Armee muss ähm muss sich gegen zwei Fullstack Armeen zu wehr setzen und hier habe ich wenigstens äh zwei Fullstack Armeen die äh ja auf mich warten oder wäre ich hier wenigstens in die Mitte ich gehe in die Mitte mit einer starken linken Flanke warte äh warte äh schützen muss ich hier trotzdem so natürlich habe ich ähm mit meinen schlechten General angegriffen äh damit ich jetzt auch nur einmal das motivieren habe und und äh mein guter General der bekommt keine Fähigkeiten das ist eigentlich so ein Schwachsinn aber es nähert sich haltliche Unterstützung äh hä achso äh das ist kein quasi oi 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 das ist ja ein bisschen das ist ja ein bisschen mehr Kavallerie als ich dachte habt ihr gekämpft in Kavallerie dann komm mal her ja prinzipiell zu eurem Dienst kommandant eurem Befehl weit rein zum Kreisland kommandant prinzipiell hutige Römer bis zum letzten Mann zu Befehl ja kommandant schnell weiter zu eurem ja hier kommen die Kavallerie ja 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 okay 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 ja Das war super, die stellen sich mal hier auf. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, die Kavallerie ist jetzt mal weg. Schon mal gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich habe ein bisschen übertrieben hier, aber es sieht cool aus. Ich sagte, es sieht cool aus. Ja. Ja. Oh, die beiden kommen. Hier hin. Die gehen mal weiter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die gehen mal hier hin. Die gehen mal, äh ja, weiter. Ja. Ja, okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, das ist schon mal gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die, die Wohnschützen sind schon auch echt krass. So, die gehen mal. 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 einfach voll keine drauf mit der Kavallerie ich hab ja einig schön in den Rücken rein die gehen hier weiter hier ist gerade der Staunen eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition auf mit denen um ja mit den Schiffen hier weiß auch nicht was da jetzt passiert so jetzt nochmal krasser Charge ich sagte ein krasser Charge ich bin ich bin ich bin die bleiben da einfach stehen ach jetzt kommen die eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten ah krass doch dann kann ich den doch benutzen ich gehe mal hier weg vielleicht kommt er jetzt nicht nicht wahr ich glaube ich glaube Mischung Wester Mischung 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 unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition auch Julio du kannst nicht weiter komm die jetzt? mal die Kampeln hier irgendwie immer noch rum ich lass mal hervor gespult der will einfach nicht okay der will alle nur hier hin tun und deswegen immer nur drei zusammen aha was für ein Idiot so jetzt kommt trotzdem noch mal eine kleine kleine Schlacht denke ich mal sooo ja ich ich fühl eigentlich ja komm 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 Schnell vorrücken! Schnell verschieben! Schnell verschieben! Schöne jetzt machen! Bogenschützen! Schöne Befehle! Stuppe die Geschwindigkeit! Mutige Römer bis zum letzten Mann! Schöne! Schöne Befehle! So..... Komm! Ja, komm, komm, komm! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Echt jetzt? Welcher? Ja, mhm. Natürlich der Gute. Ich glaub, ich spinn. Natürlich ist der Krasse gestorben. Nee, ist er nicht. Hä? Warte, der ist noch da? Und... Welcher General ist jetzt tot? Ja, bis zum Lass. Vor allem, wie so knapp war es sich. Also, naja, nee. Knapper Sieg. Ich hab 900 verloren und er hat 3100 verloren. Also, naja. Knapp war das nicht. Aber welcher General ist jetzt gestorben? Ja, aber welcher denn? Okay, der, der, der kleine, oder? Äh, korruption, korruption. Ich dachte schon, jetzt, äh, wir haben ein, mein, mein guter gestorben. Das wäre natürlich... Äh, warum der jetzt gestorben ist, weiß ich auch nicht. Just so. Just for fun. Gut, äh, du holst dir mal das da. Ja, das können wir automatisch machen. Super, von vordert. Erste ist, äh, in Rang 8. Nee, 5. Nee, Rang 8, ja. Alter. Das ist halt ein guter Rang. So, du gehst jetzt mal, wo ist noch ein feindlicher Agent? Da. Du gehst einfach mal auf, auf Position. So. Gut. Hm. Wieso kann ich ja jetzt wieder so viel hochlägen? Habe ich das nicht schon? Hä? Habe ich das nicht schon alles gemacht? Hä? Okay, dann habe ich das die ganze Zeit vergessen. Was eigentlich komisch ist, aber okay. Okay. Oder hatte ich die ganze Zeit kein Geld und es wurde mir dann nicht mehr angezeigt, wie jetzt habe ich auch kein Geld mehr. So, Wolfpack bekommt noch was. Ähm, und zwar bekommst du noch Verstärkungsrate. Verstärkungsrate. Klingt doch super. Klingt doch super. Und weiter. Tja. 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 Damit hast du dir gerade in keinem Gefangen getan. Ah, du bist tot. Sag ich doch. Okay. Tja. 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 Also das hier ist jetzt die dritte, weil ich glaube ich gesagt, dass ich so noch vier, fünf Runden schätze, also noch ein, zwei Runden. Bin mal gespannt, ob das noch klappt, weil diese Runde werden wir nicht mehr weitermachen. So war Forschung abgeschlossen, erzielte Technologiegang, Befehl 3, Störungen. Städte, Kämpfe, Befehl 3, wow. Waschrinne und Tempel des Juno Moneta. Wohlstand Kultur. Ich mach halt das mit den Generaleinheiten, weil die sind wichtig, dass die überleben. So, du. Kümmerst dich mal schnell um den. Super, du. Bleibst, glaube ich mal. Nee. Ach, hier ist auch noch einer. Rang erhöht, warte, du bist die Attentäterin, dann bitte mal Attentat ausführen. Session. Dann geh ich mal mit denen nach hier. Gut, dann kämpfen wir das, diese Folge noch. Und, ähm, ja, dann nächste Folge, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich, also, dass es fertig ist. Das Let's Play, Rise of the Republic. Ah, ich glaub schon. Glaub schon. Äh, nee. Ja. Weil ich habe bessere Fernkämpfer als er und warum sollte ich die nicht nutzen? So, die, die Hoppliten kommen ganz vorne hin. Die kommen hier hinten. Die kommen hier hin. Die kommen dahin. Kavallerie passt hier mal auf. Genau, der kommt wieder nach da und dann muss ich mit denen aufpassen. So, die heilige Schar. Nee, das ist die. Nein. Nein. Der hat hier gar keine heilige Schar. Kann ich gehen, Herr? Ich bin der Bauer werden soll. Äh, kann ich... So, gut. Dann fang mal an zu schießen, ne? Oder auch nicht. Ja, also schießen müsst ihr nicht. Nur wenn ihr wollt. Die schützen ich mir sicher gar nicht. Alter. Die schützen sich ja nicht. Schau mal, die Schäde hoch hier. Schon ein bisschen gemein hier. Das sieht auch schon cool aus, wenn man einfach hier steht. Von hinten kommt dann die Pfeile, ne? Ziu-ziu. Schau krass. So, jetzt marschier ich mal ein bisschen vor. Die bleiben da. Ja. Schwerkämpfer erwassen eure Befehle. Das war's für heute. Jetzt sieht's, glaube ich, besser aus mit Flammen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ein paar steigen auch hier an den Rücken von meinem. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, schöne Stadt. Das war's für heute. 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 Ja, das wäre hier auch noch einer. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah. Ihr könnt ja mal hier den da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön, das war eine gute Salve. Aber gegen die brauchte er eigentlich keine krasse Fernkampf. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. So. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So und jetzt bitte in die Seite. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, hier muss ich einmal schön in den Rücken reinflanken. Und die Formation hier brechen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, dann mach mal hier schnell in den Rücken rein. Ach ja, sehr schön. So. Dann geht's Richtung General. Boah. Ach der denkt ja auch schon. Waal. Ich will den nenne ich noch mit. Ja, aber ihr dürft schon rennen. Na komm. Nee, den bekommen die nicht mehr. Na guck. Ah Gott, knapper Sieg. 600 verloren. Ja, ein Drittel. naja aber aber es war sehr auf jeden fall und so genau äh knabber Sieg äh Hiponion bitte hier auch ja das brauchen wir hier nicht ähm und nun nun würde ich sagen sind wir für diese Runde fertig und nächste Runde werden wir glaube ich äh vollständig fertig sein wenn ich mich recht entsinne also Militärischer Sieg äh Klinitee Königtum wird das sein wird das sein und wird das sein unterhalten Siehundert Typen dieses äh Typen dieser Einheit äh Einheit diesen Typs ja wow da muss ich halt noch ähm Armeen aus ausheben aber das wird ja jetzt ähm so schwer nicht sagen ne ja gut dann mache ich hier mal ne neue Armee dann äh Armee aufstellen zwei Runden für 19 10 warte warte dann mache ich hier mal auch das weg äh hier kann ich äh hier kann ich äh äh ach so ja ok gut dann brauche ich äh pro ähm Ding ich brauche ich nicht viel also dass da werden wir auf jeden fall sehr schnell bekommen also da werde ich nicht so runde das haben und dann haben wir nicht so runde gewonnen cool dann bedanke ich mich bei euch und bis zum nächsten mal bei ja 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 ja